Hallo und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Übungsvideo. Shankari, Mahasakti und Sukadev begrüßen dich zum Mondgruß. In einer vorigen Videofolge hast du schon etwas gehört von dem Yoga. Mondgruß, jetzt der Mondgruß in Verbindung mit der Atemung, sodass du dort sehr gut mitüben kannst. Stell dich in die Mitte der Matte, Füße zusammen, zentriere dich und bring die Hände vor der Brust zusammen. Einatmen, streckst du dich jetzt nach oben, machst dich lang. Dann mit dem Ausatmen gehst du nach rechts und links und lässt los. Aufrichten, wieder einatmen und dann mit dem Ausatmen das rechte Bein rausstellen. Andreas kreuzt, einatmen und Löwe. Dann rechts rum ins Dreieck gehen, aber tief in den Bauch atmen, immer tiefer hinein, räkeln, strecken. Dann den Fuß rausdrehen und ausatmen, am Bein nach unten gleiten. Die Vorwärtsbeuge, schön dehnen. Dann den hinteren Fuß drehen, weiter kommen in den Sprinter. Tief einatmen und dann bei voll eingeatmeter Lunge auf dem rechten Bein in die Hocke kommen. Weiter atmen, dabei in die Mitte gleiten, Gesäß tief, Kopf hoch, Knie auseinander und auf der linken Seite. Dann ausatmen, zurück in den Sprinter. Einmal einatmen und mit der Ausatmung wieder in die Vorwärtsbeuge kommen. Dehnung genießen und dann einatmen, von hier aus weiter ins Dreieck. Halten, weiter atmen, dehnen. Aufrichten, mit dem Einatmen, Andreas Kreuz und Löwe. Aufrichten, lang machen, rechtes Bein wieder einsammeln, einatmen und dann Seitbeuge. Auf der einen Seite, Seitbeuge auf der anderen Seite und ausatmen, armes Hinken. Das war der Mondgruß, eine wunderbare Übung, um die Mondenergien zu aktivieren. Die Energien von Ruhe, Ausgeglichenheit, Harmonie, aber durchaus durch aktive Bemühungen. Shankari und Mahaschakti wünschen dir weiter viel Freude beim Yoga und einen wunderschönen Tag. Mehr Informationen zu Yoga, zu Yogaübungen und Yogatherapie auf unseren Internetseiten unter www.yogatherapie-portal.de Alles Gute und viel Freude!